So Leute, kleines News-Update. Ich hoffe, der Ton war gestern einigermaßen okay. Ja, Bild ist ein bisschen hell hier jetzt tagsüber, aber ich hau das Video einfach zwischendurch rein. Und heute Abend sind wir um 21 Uhr mit Splashbruder und Nico auf YouTube Live und quatschen natürlich auch über die zweite Liga und generell alles, was im Fußball gerade so abgeht, freue ich mich drauf. Und wenn es die Verbindung zulässt, machen wir auch noch kurz einen Tommys Coffee Talk danach. Kann aber nicht ganz so lange machen, weil ich am nächsten Tag wieder um 6.30 Uhr aufstehen muss. Freue mich aber, wenn ihr ab 21 Uhr schon dabei seid. Und die Themen heute sind, ja, der Deal ist durch, was ich ja gestern Nacht noch in meinem Video gesagt hatte, was passieren könnte. Jetzt ist Haris Tobakowitsch wirklich verpflichtet worden. Es geht nochmal kurz um die Verletzten. Wir hatten ja gestern kurz über Winkler und Seevolk gesprochen, aber auch um Ibo Maser. Und es geht um Laki Samacic, ja. Vielleicht erinnert ihr euch noch an ihn, Lazar Samacic. Sehr, sehr großes Talent bei uns gewesen. Er hat dann sehr früh leider zu RB Leipzig gewechselt und jetzt steht er, nachdem er zu Uline gewechselt ist, kurz vor einem teuren Wechsel zu Intermailand. Ob Hertha davon was hat, das besprechen wir jetzt hier in dem Video. Also wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Ja, erste Thematik, dann lasst doch einfach mal anfangen mit den Verletzten. Ich hatte ja gestern schon gesagt, das ist natürlich ultra bitter, dass uns Seevolk fehlt nach so einer tollen Leistung. Die Bild schätzt jetzt eine Ausfallzeit von fünf Wochen ein. Also ich hoffe, dass es deutlich weniger wird. Und man muss sich wirklich so ein bisschen fragen, er ist ja dann so über den Platz gehumpelt, warum man ihn nicht einfach runtergenommen hat. Das war schon, also ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Es wirkte schon wie fahrlässig, weil der ist ja die letzten fünf Minuten hat er sich ja nur noch über den Platz geschleppt. Und du weißt ja auch, oder man weiß ja, dass Seevolk jetzt nicht gerade einer ist, der mit ein paar Schmerzen da anfängt zu humpeln und so weiter. Der konnte sich ja kaum noch bewegen, ist dann weitergelaufen. Das hat es sicherlich auch nicht besser gemacht. Naja, sei es drum. Ich hoffe, das stimmt nicht, so wie es die Bild sagt. Und das geht ein bisschen schneller. Ganz genau abschätzen kann man es ja nicht. Tendenziell war es ja bei uns häufig so, dass Verletzungen sogar eher viel langwieriger waren, als man eigentlich zunächst mal geschätzt hatte. Und ähnliches gilt für Martin Winkler mit seiner Bänderverletzung. Das sollen jetzt wohl sechs Wochen sein. Ich glaube, das ist aber auch, wie gesagt, ganz, ganz schwer abzuschätzen. Jeder, der mal eine Bänderverletzung hatte oder einen Bänderriss, weiß, dass es bei manchen deutlich schneller geht und bei manchen echt langwierig sein kann, bis dann wirklich wieder eine Belastung kommen kann. Gerade fürs Fußballspielen, wo du auch eine hohe Belastung auf den Bändern hast. Und bei so einem sprintstarken Spieler, wie es Winkler halt ist, kann man nur hoffen, dass auch da schnell geht. Also diese Verletzungssorgen hören einfach nicht auf. Das kann jetzt auch keiner was dafür. Einmal ist er falsch aufgetreten. Bei Seevolk war es, glaube ich, aus dem Zweikampf heraus. Er geht ja auch sehr, sehr hart in jeden Zweikampf rein. Aber kann man nur hoffen, dass unsere medizinische Abteilung da ihr Bestes gibt, damit es schnell geht. Und ganz schlecht soll es wohl bei Ibo Maser aussehen. Ja, am Anfang wurde so ein bisschen spekuliert. Er hatte ja eine OP am Meniskus, glaube ich. Und am Anfang wurde so ein bisschen spekuliert, drei Monate Ausfallzeit. Man weiß genau, bei so langwierigen Verletzungen kannst du es nie sagen. Vor allem, wenn OPs am Start sind. Das kann sich total ziehen. Kann auch schneller gehen, als erwartet. Bei uns dauert es meistens eher länger. Siehe ein Sona, dem wir natürlich auch alles Gute wünschen. Die BILD spekuliert jetzt darüber, dass es wohl, weil die OP nicht so einfach verlaufen sein soll, sogar sechs Monate Ausfallzeit bedeuten könnten. Und ich muss halt einfach sagen, Ibo Maser ist so bitter, es tut mir sehr leid für den Jungen. Aber er hätte uns auch sicherlich gut zu Gesicht gestanden, muss man sagen. Natürlich haben wir auch noch einen Benzedaday für die Zehn. Und Ibo Maser war ja in der Jugend auch immer eher Spitze. Ich glaube, im Herrenbereich würde sich dann auch eher eine hängende Spitze anbieten. Da kommen wir ja gleich zu, haben wir ja jetzt genug Leute. Aber ja, es ist schon bitter. Also ich glaube, der hätte schon die eine oder andere Spielzeit bekommen und mit seiner Kreativität auch dafür beitragen können. Damit, dass er eben weiß, wie er seinen Mitspieler einzusetzen hat, hätte er dazu beitragen können, uns weiterzuhelfen. Deswegen weiterhin alles Gute an Ibo an der Stelle. Lazar Samacic ist ja, ich glaube, 2021 zu RB Leipzig gewechselt. Jetzt müsste ich nochmal nachgucken. Er hatte gar nicht so viele Bundesligaspiele gemacht. Ich glaube, unter Labbadia hatte er sein erstes Bundesligaspiel gemacht. Und da muss man sagen, war ich sehr, sehr enttäuscht, dass er so früh dann gleich gegangen ist. Er wollte ja immer Spielzeit, Spielzeit, Spielzeit. Es hieß, ob das so 1 zu 1 stimmt, weiß man natürlich nicht. Aber es hieß immer, dass das Umfeld sehr, sehr viel Druck ausgeübt hat, dass er direkt zu einem Top-Verein wechseln soll. Er hat für die erste Mannschaft von Hertha drei Kurzeinsätze gehabt. Ich erinnere mich da unter anderem an ein Spiel in Dortmund, wo er es die paar Mal, wo er am Ball war, echt nicht schlecht gemacht hat. Ja, und dann hat der Hertha halt ziemlich unter Druck gesetzt und ist früh zu RB Leipzig gegangen, wo er sich nicht durchsetzen konnte. Dann letztes Jahr aber diese gute Saison bei Udine Calcio. Und jetzt ist sein Marktwert geschätzt bei 14 Millionen. Und übereinstimmende Medienberichte sagen, dass der Deal wohl bald fix sein könnte. Dass er von Udine, die generell eine gute Saison gespielt haben, mit ihm im zentralen Mittelfeld, wohl 15 Millionen hinblättert. Also Inter Mailand 15 Millionen für Udine hinblättert, um ihn fest zu verpflichten. Was natürlich Wahnsinn ist. Und zumindest mal für viele Leute, die auch immer so sagen, ja ganz ehrlich, wir loben immer die Jugendakademie. Aber wann hat denn unsere Jugendakademie mal den letzten richtig guten Spieler hervorgebracht? Also bei Lazar Samacic würde ich das auf jeden Fall schon behaupten. Der ist 21, wenn er jetzt für 15 Millionen zu einem internationalen Topklub wechselt, dann heißt das schon was. Es ist ja immer so, dass wenn Spieler zwischen ihren jungen Lebensjahren, ich glaube von 12 bis 23, bei bestimmten Klubs gespielt haben, kriegt man ja immer noch so eine Entschädigung als Verein, wie so eine Ausbildungsentschädigung. Selbst wenn man eben keine Weiterverkaufsklausel hat. Ja, da gibt es verschiedene Rechner für und gibt auch ein paar Medien, die darüber schon berichtet haben. Es könnte sein, wenn er wirklich für 15 Millionen wechselt, dass Hertha da nochmal 350.000 Euro circa bekommt oder 375.000. Irgendwas in dem Dreh, was ja mittlerweile für Hertha-Verhältnisse richtig viel Geld ist und was richtig wichtig werden kann. Also insofern profitieren wir zumindest davon nochmal ein bisschen. Auch Leipzig würde da was erhalten, aber deutlich weniger, weil er da ja viel kürzer gespielt hat. Ja, aber ansonsten wünsche ich ihm natürlich trotzdem alles Gute. Ist ja nicht schlecht, wenn er am Ende vielleicht mal für 100 Millionen wechselt oder, das ist jetzt übertrieben gesagt, oder ein toller Spieler wird und nochmal auf die Hertha-Akademie hinweist. Also nur nochmal dazu zu allen, die sagen, wir haben seit über Jahren kein richtiges Top-Talent mehr gehabt. Das gibt es schon ein paar. Es ist halt auch immer die Frage, ob Top-Talente sich dann auch so entwickeln. Bei ihm scheint die Entwicklung jetzt trotz seines frühen Wechsels sehr, sehr gut verlaufen zu sein. Und ich hoffe nicht, wegen seines frühen Wechsels nicht, dass andere auch noch auf die Idee kommen, ganz, ganz früh Hertha zu verlassen. Aber er ist ja mittlerweile auch serbischer A-Nationalspieler, nachdem er die ganzen Jugend, ja, nachdem er die ganzen Jugend, das ist ja echt mega hell hier, die ganzen Jugenden von Deutschland durchlaufen hat. Und bei Hertha ist das halt damals so aufgefallen, er hat in der U17 40 Spiele gemacht, 40 Tore, 14 Vorlagen. Und das als zentraler Mittelfeldspieler, ja, in der U19 17 Spiele, 15 Tore, 9 Vorlagen. Also das war schon wirklich Wahnsinn. So, und jetzt gibt es den nächsten Transfer für Hertha. Hertha hat fix Haris Tabakovic verpflichtet. Der Stürmer ist 29 Jahre alt, wie gesagt, ich habe gestern schon ein Video über ihn gemacht, so genau kenne ich ihn nicht. Könnte ich mich jetzt nur wiederholen, was ich gestern gesagt habe, könnt ihr euch gerne anschauen, das letzte Video. Damit haben wir auf jeden Fall noch mehr Alternativen für den Sturm, muss man wirklich langsam drüber nachdenken. Na, wenn du so viele Stürmer hast, willst du weiterhin nur mit einer Spitze spielen? Oder wollen wir vielleicht doch mit einem Doppelsturm spielen, was uns vielleicht auch gar nicht so schlecht zu Gesicht stehen würde, ob jetzt in einer Dreierkette oder im 4-4-2. Und, ja, er wechselt jetzt zu uns. Benny Weber sagt über ihn, Haris hat seinen Torriecher in den vergangenen Jahren unter Beweis gestellt. Mit seiner Größe und Durchschlagskraft wird er unserem Offensivspiel guttun. Und er selbst sagt, Hertha BSC hat eine unheimliche Strahlkraft. Für mich war schnell klar, dass ich den Schritt zu diesem Klub unbedingt gehen möchte. Jetzt ist es mein Ziel, sich möglichst schnell einzuleben, meine neuen Kollegen kennenzulernen und dem Team zu helfen. Er erhielt die Rückennummer 25 im Übrigen. Und die Ablösesumme soll sich wohl wirklich auf 500.000 Euro Ausstiegsklausel belaufen. Und er soll einen Vertrag bekommen bis 2026, also drei Jahre, bis er dann 32 ist. Also nicht mehr diese ganz langen Verträge, aber hier schon etwas länger zumindest mal. Ich glaube nicht, dass es zwangsläufig ein Stürmer ist, wo du einen großen Weiterverkaufswert hast, weil er einfach nicht mehr der Jüngste ist. Aber wer weiß, man weiß es nie, vielleicht ist er wirklich so ein absoluter Spätstarter. Er ist ja schon, es ist so, tut mir leid, ich kann es aber nicht ändern, ich habe hier keine Gardinen bisher. Er ist ja schon, er hat in Ungarn, glaube ich, gespielt und daher kannte ihn Paldada ja auch schon. Also ich glaube auch schon, dass diese Transfers teilweise mit dem Trainer abgesprochen werden. Ungarische Liga gespielt, aber jetzt in Österreich bei Austria Wien eben nochmal richtig gezeigt, was er kann. Auch in der höchsten österreichischen Spielklasse und in der zweiten österreichischen Liga hat er auch toll performt. Ja, und schauen wir mal, wie das dann wird. Ich glaube nicht, dass er direkt am Wochenende spielen wird, aber vielleicht ist ja Previak einer für die Startelf am Freitag. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Jetzt kommt wenigstens mal ein Spieler, der wirklich viel getroffen hat in der letzten Zeit. Auch wenn es die österreichische Liga ist und der muss auch schon Bock haben auf Hertha, sonst wechselst du nicht aus der ersten österreichischen Liga von Austria Wien zu Hertha. Klar kann es sein, dass er ein bisschen mehr sogar bei uns in der zweiten Liga verdient. Was ich aber nicht mal zwangsläufig sagen würde, vielleicht hat er einfach wirklich Bock. Und das, was er eben beschrieben hat, diese Strahlkraft, die hat Hertha wirklich inne. Das darf man nicht unterschätzen. Man sagt immer, ja, wer will denn noch zu uns und so weiter. Es ist schon ein Unterschied, ob so ein riesiger Verein mit so einer Historie wie Hertha dann jemanden aus der zweiten Liga verpflichten will, oder ich will jetzt keinen anderen Klub nennen, weil das irgendwie dann so abgehoben klingt, oder irgendein anderer Zweitligist das machen will. Selbst wenn der vielleicht auch einen guten Kader hat, mit dem man eventuell aufsteigen könnte. Gerne mal eure Meinung zu den Themen in die Kommentare. Bitte entschuldigt. Ich habe jetzt auch keine Zeit, das Video nochmal aufzunehmen. Das ist das bodenloseste Bild, was ich je hatte. Aber, ja, muss ich nächstes Mal nochmal umstellen hier, weil tagsüber das anscheinend zu hell ist. In diesem Sinne, ich mache jetzt weiter in der alten Wohnung. Macht's gut. Hau he. Und wir sehen uns heute Abend, 21 Uhr auf Twitch. Ciao.